Der Dienstag beginnt mit einem Mix aus Sonne und Wolken sowie Temperaturen von um die 0 Grad. Im weiteren Tagesverlauf ziehen sich die Wolken immer weiter zurück und die Sonne kann sich durchsetzen. Die Tageshöchstwerte erreichen dabei 8 Grad. Nachts gibt es einen sternenklaren Himmel bei Temperaturen um den Gefrierpunkt. Am Mittwoch verdecken nur vereinzelte Wolken die Sonne, mittags kann es bei Höchstwerten von bis zu 7 Grad allerdings zu Regenfällen kommen. Auch am Donnerstag erwartet uns ein Mix aus Sonne und Wolken ebenfalls bei Temperaturen von um die 7 Grad. Freitags ist der Himmel den ganzen Tag über bedeckt bei Werten von 5 Grad.